Einfach nur laufen, du Asi. Man kann auch nur mit der Tastatur übrigens laufen. Normalerweise nutze ich die Maus zum Zielen und die Tastatur zum Laufen. Aber jetzt gerade, wenn ich mir hier so verzweifelt an den Kopf packe, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. So, ich hab mal eine Idee jetzt. Auf welchen meine Kollegen da oben dann vermutlich einfach töten werde. So, okay. Äh, jetzt weiß ich leider nicht, wie ich meine Truppen ändere. Fuck. Mann, ey, es kann ja nicht so schwer sein. Ja, mein Gott. Ich weiß es doch. Bergsteigen kann er ja leider nicht. Oder Hügel besteigen. Oh, guck mal. Ne, wie der ist ja dann ja schon mal tot. Auch schon nicht schlecht. Irgendwie kommst du da schon hoch. Irgendwie kommst du da schon hoch. Ich frage es nur, wie kommen wir da wieder zurück, ne? Lustig. Ja, ähm... Keine Ahnung. Ich bin grad... Weit ich nicht. Wie die da hingekommen sind. Weil irgendwie muss ich eigentlich... Eigentlich muss ich irgendwie die Brücke wieder... ...ganz kriegen. Aber da hab ich grad keine Idee. Wie ich statt hinkriegen soll. Ah, ah, guck mal. Ein Gehschnau. Na du? Nicht so geil, ne? Ah, das kriegen wir schon hin. Zack. Oh scheiße. Oh scheiße. Okay, ich bin nicht... Lalalalala. Ich gucke mal eben die Energie von unten, ne? Das ist, glaube ich, ne ganz gute Idee. Macht das Sinn, wenn ich versuche, den mit dem Mörder zu behaken? Weil der rafft ja direkt, wenn ich den beschieße. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, Mann, 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 Mann. Ich hab jetzt... ...leider auch so nicht so wirklich die Ideen. Also ich hab... Ich würde jetzt einmal nach ganz unten links gehen. Hab ich die Energie schon eingesammelt? Oh, oh. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist sogar ziemlich scheiße, um echt zu sein. Ah, pass auf. Dann guckt ihr euch mal um... ...das Stück Scheiße? Ihr kriegt das hin, den zu... ...den kaputt zu machen. Weil ich würde gerne einmal nach unten links gehen, in die... ...Base oder was auch immer das sein soll. Kriegt ihr hin, ne? Zu dritt. Ich glaub, ich glaub, das haben sie nicht hingekriegt. Es ist echt traurig. Es ist richtig traurig. Ich werd das nicht überleben. Mit seiner scheiß Deckung auch. Ja, okay. Geht doch. Geht doch! Lass mich in Ruhe. In der Basis ist Energie. Das weiß ich. Ich will nur in meine Basis zurückkehren. Und dann werd ich jetzt mal Energie fressen. Da, genau. Ah, schön. Guten Tag. Na? Alles fit? So. Dann schmeißen wir das jetzt mal weg. Ich würd jetzt so gerne zwischenspeichern, echt. Ich hab's noch nicht viel hier gemacht, aber... ...die Zeit, die ich hier verbracht habe. Ah, das wird das. 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 Ich glaub, ich werd auch noch zu allen Bereichen nochmal hin müssen. Aber... Ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich jetzt da schon mal ein paar Sachen kaputt machen kann, die mir dann hinterher vielleicht da nicht so ganz auf den Sack gehen werden. Ich weiß nicht, ob ich mal Verstärkung mitnehmen soll. Hm. Die Frage ist auch, was ist da unten überhaupt? Oh. Das ist gefährlich. Okay, zwei Trucks sind da. Energie. Sonst eigentlich nichts. Die Frage, sind die Trucks bestückt? Ah, guck mal. Das ist ja geil. Ah. Das ist wirklich interessant. Ich wusste gar nicht, dass das so ist. Ähm. Genau, machen wir mal den hier. Green, attack. Green, defend. On our way. Das ist ja richtig interessant. Oh, Entschuldigung. Ja. Guckt, das ausreicht. Aber nicht ganz. Und... Warte. Achtung. Ich will das auch schon treffen. Plums. Wegen dem Gerät konnte ich gerade keine Luftunterstützung anfordern. Ja, okay. Die sind auf jeden Fall aktiv, die Penner. Okay. Da geht nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich die treffe. Ja, ich glaub schon. Da kommt Splitter. Irgendwann geht das Ding kaputt. Bin ich mir sicher. Vielleicht. Man sieht's. Höchst? Ich glaub, ich hör's dann noch nie, ne? Ansonsten, was ich noch machen könnte, wäre wieder einmal den hier zu machen. Okay, der ist kaputt. Schön. Äh. Ja, verteidigt hier oben. Ah, ich weiß nicht, wie weit das geht. Das ist das Problem. Ich treffe auch nichts. Da wollen wir noch nichts, glaub ich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, guck mal. So kann ich wenigstens was sehen. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Hier hab gewonnen. Ah. Also hab ich, glaub ich, einen guten Weg gefunden. Dauert zwar, wie gesagt, zwölf Jahre, aber hey. Mir soll's egal sein. Bessourcen schont. Da unten ist Energie. Und ich weiß nicht, was ich dort so damit machen soll. Ein bisschen ist kaputt gegangen, ne? Ja, okay. Ich seh große Splitter. Große Splitter. So, ansonsten dürft ihr eigentlich... Ach komm, mit der rechten Maustrasse kann ich die aufwechseln, die Waffen. Dabei hab ich jetzt jetzt gerallt. Oh, nicht schlecht. Erstmal Energie. Ähm. Ich weiß nicht, was das für ein Camp hier sein soll. Wofür ist das gut? Ist vielleicht irgendwann mal ein Ziel, äh, das Radar zu zerstören. Dann mach ich das mal eben schon mal, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas durcheinander bringe. Los! Ähm. Ja, okay. Dann warten wir erstmal, bis das Ding in die Luft geflogen ist. So. Besser ist das. Oh, ich hab das Spiel jetzt total verwirrt. Das kann natürlich auch sein. So, ich hab jetzt auch nochmal einen Sprengsatz hingelegt. Guck mal, jetzt hab ich Wifel 15. Ist das, ist das verbessert? Also unten, unten, äh, in der Mitte. Oder ist das mein Team? Ich weiß es nicht. Dann packen wir auch nochmal irgendwo hin. Einfach mal da hin. So. Viel Spaß damit, weil da kann ich jetzt nämlich einen neuen aufnehmen. Tada! Explosives. Eine explosive Mischung. Trotzdem hab ich keine Ahnung, wie ich die Brücke jetzt heilig krieg. Oder was auch immer ich tun soll. Ich weiß es nicht. Etzint. Joa, super. Also von der Map her geht das Ding auf jeden Fall, ne? Auch von dem Gegneraufkommen bisher. Ich hab aber das Gefühl, als... Okay, wenn ich laufe, ist die Schussfrequenz höher, als wenn ich stehe. Bisschen interessant. Hört mal. Tak, 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 ne? Und sonst immer tak, tak, tak. Womit das wohl was zu tun hat. Ja, gut. War mal der Bazookatyp hier oben, der dürfte eigentlich noch... Ne, ne, den hab ich gestimmt, den hab ich kaputt gemacht mit dem Mörser, richtig, ja. Und das ist gut. Dann hol ich jetzt trotzdem erstmal nochmal meine Bazooka. Weil eine zweite Waffe ist natürlich nie verkehrt. Wobei ich weiß natürlich nicht, wie gut sind die... Ist ja Flammenwerfer zum Beispiel. Gegen... Ja, wobei... Hm. Ich überlege, glaube ich, sinnvoller ist, doch lieber den Flammenwerfer mitzunehmen. Weil der ist natürlich schon extremst gut, ne? Gerade gegen Soldaten. Und ich brauche mindestens drei Schuss von der Basucher, glaube ich, um einen Panzer zu vernichten. Stattdessen hätte ich nämlich noch... Ah, ich hab noch 24 Schuss damit. Ist natürlich nicht so geil. Stattdessen bestünde nämlich noch die Möglichkeit, dass ich, äh... Einmal einen Airstrike hab auf jeden Fall. Vielleicht mit Fallschirmtruppen ein bisschen ablenken kann, während ich die dann irgendwie so einen Sprengsatz anbringe. Ne, gibt ja... Gibt ja genug Mittel und Wege. Daran soll es ja nicht scheitern. Ah, ich weiß aber nicht, wie ich an die Flächen rankomme. So eine Scheiße, ey. Oh. Mh, Mann, 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 Mann. Der Truck lebt auf jeden Fall noch. Ich hab, glaube ich, alles soweit regeln können. So, kann ich jetzt mit dir machen? Ne. Ich brauch'n'invasor. Ich brauch'n'invasor. Wollen wir mal... Komm' mal, den Conker mal anrufen, ne? Um ich die scheiß Brücke reparieren kann. Ich hab' auch noch ein Team auf der anderen Seite. Ich hab' mal gehofft, irgendwie... Okay, dann folgen sie mir vielleicht, ne? Oder? Oder, 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 oder? Scheiße, ey. Die kommen nämlich auch nicht weg. Hm. Eigentlich... Grad mal halb acht, das ist so geil, ne? Ich liebe es, früh aufzustehen am Samstag. Ja, jetzt wundert mich ja. Ich geh' mal einen Schritt zurück. Wäääh, stopp. Ich will gucken, ob ich den LKW nochmal komplett zerstören kann. Da ist ja damit irgendwas zu tun, dass er jetzt sagt, Ach, guck mal, Heureka. Aber offensichtlich leider nicht. Der möchte nicht fahren. Äh. Möchte den vielleicht auch noch irgendwie schieben, oder so. Ich wundere, wie wir da sind. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Verfluchte Tat. Nur wegen dem Stück Brücke, was da fehlt, ne? Irgendwo ein Kran, oder sowas? Ich hab' ja schon überall nachgeguckt, ne? Ja, das sind auf jeden Fall Splitter und das sind Sprengsätze. Und ein Heuskind, was ich auch noch in die Luft sprengen könnte, theoretisch. Hab' ich jetzt viele Sprengsätze? Wir springen dann einfach mal in die Luft. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Außer natürlich ne Menge Spaß. Explosionen machen immer Spaß. Hat ja mal richtig was gebracht, oder? Leck mich fett. Huh. Ne, da ist einfach... Da ist einfach nichts, ne? Ist ja irgendwo ein Riff, oder sowas, ne? Wo man dann irgendwie drüber latschen kann. Ich denke mal, man kann die Brücke irgendwie reparieren, aber ich hab' leider nicht genau noch eine Ahnung, wie... Oder irgendeine Rampe, die man runterlassen kann, wenn man irgendwo gegenschießt. Hm. Guck mal, ich steh' mit dem Wasser. Boah, ich kann nie mehr. Fuck. Ja, halt die Klappe. Weiß doch. Guck mal, hier. Hier hüpft doch mal ein bisschen. Kann man springen. Wahrscheinlich. Ja, ist okay. Er ist nämlich, äh, auch das gleiche wie F, äh, 7. Ja. Die Musik ist auch so, so, so stressig und ekelhaft, ne? Hey! Hey! Hol' mal die Liege rüber. Die können wir zur Überquerung der Brücke benutzen. Von der Breite her der Liege würde es sogar passen, fast, mit dem Gerät. Okay, 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 okay. Hm. Wir müssen mal einmal kurz gucken. Bla, 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 bla. Was tun wir denn hier? Depp, 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 depp. Mann, ma, bla, 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 bla. Change Gunsight. Change Gunsight? Was ist das? Dann setzen wir jetzt einfach mal auf, äh, Apostroph, von mir ist auch so. Objective, Scroll, bla, 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 bla. Gucken wir mal. Aha. Das bringt, glaube ich, nicht viel aus, als wenn wir ein anderes Fadenkreuz haben und dann vielleicht besser gucken können. Ich drücke gerade Tab, aber da passiert nichts. Okay. Okay. Super. Super Tipp. Ja. Injured Man is running in Sektor F5. Ja. Aber wie? Wie? Repariere ich hier irgendwas? Eine Brücke oder keine Ahnung? Ich muss nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht. Ich, äh, ja, wie gesagt, ich muss mal eben nachgucken. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. So, also, das wäre eine Sache, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Und zwar, pass auf, äh, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir einmal... Oh mein Gott. Ich habe jetzt nicht genau geguckt oder ich habe jetzt nicht genau gereilt, was der jetzt gemacht hat, aber der hat auf jeden Fall diese Brücke in die Luft gesprengt. So. Dann schmeiße ich mal die Sprengsätze erstmal weg. Mal nehmen wir einmal die mit. Und dann hat er das, glaube ich, ich meine, so gemacht. Und so. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe mal, was gut ist. Schauen wir mal. Jo, tadaa. Da muss man echt erstmal drauf kommen. Also, ich werde auf jeden Fall nicht drauf kommen. Ich finde das echt cool. Weil das echt mal was anderes ist, aber... Ne, ich werde da niemals drauf gekommen. Und ich habe was anderes rausgefunden. Guck mal, wie ich F12 drücke. Wir haben eine richtig schöne Karte. Na, ihr? Alles klar. So, den Weg müssen wir eigentlich schon freigeräumt haben. Eigentlich haben wir die ganze Map, glaube ich, freigeräumt. Äh, natürlich mit Ausnahme der Viecher, die jetzt vielleicht hier noch spawnen werden. So, und jetzt düse, düse Richtung Heimat. Endlich haben wir den ersten Teilauftrag geschafft. Darf ich fahren? Ja, ich darf fahren. Wie schön. Gucken wir mal. Ich kann mich ein bisschen zu wehr setzen. Ich hoffe nur nicht, dass hier jetzt neue Panzer sind oder sowas. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber ich sehe schon, da geht schon der Shit so ein bisschen ab. Ach, komm. Du kannst mich an. Ach, Schlecken. Nein. Hilfe. Ha. Hihi. Einfach durchballern. Einfach durchballern. Einfach durchballern. Irgendwie reinkommen noch. Ja, ja, ja. Nein! Das hängen wir jetzt nicht fest. So. Ähm. Medical Tent war hier, ne? So. Zack. Ähm. Jetzt ist es jetzt kaputt. Was? Ach, guck mal. Haben wir geschafft. Mega. Habe ich das schon gemacht? Ich hab's wirklich gemacht. Das war super. Ach, guck mal. Ich hab sogar Kollegen, die auch mit Mörser sch... Ey, ich will den Mörser haben. Gib mir den Mörser her, du Sack. Oh, geil. Guck mal, jetzt haben wir zwei Teilaufgaben mal eben so geschafft, ne? Wenn die zweite überhaupt dazugehörte. Aber ich hab das Communications Camp doch schon...